ja hier sind wir outside was geht hier 201 bis 207 ok was geht hier hinten hier waren wir doch schon mal oder 212 bis 213 dann machen wir es hier weiter hier auch schon wieder ganz wild 212 und bitte klingt nach einer technoparty 213 kpd i need to talk to you shit are you for real man since when do you pigs give a shit about what goes down in the stacks we don't and you like it that way yeah you got me there man what you want seen anything suspicious lately man ain't nothing here that ain't fucking suspicious just any outsiders come through here since the lockdown hey i ain't seen no one but that don't mean they didn't you know what i'm saying ne das macht keinen sinn ähm nächste chance 2010-2011 wir gehen das jetzt wirklich mal so ein bisschen chronologisch durch hier vielleicht macht das sinn was geht hier ah ja 21 bis 21 ok da kann man also genauso gut durch ach man sauberes klo das auch mal schön so 211 und bitte ja ne auch hier geht nichts hier haben wir wieder irgendwie so ein special room soll das hier 21 sein oder 211 wo soll denn dann hier bitte 210 sein das ist ja wild ne mal auf den plan hier 212 12 13 210 ist ganz woanders gut dann waren wir da glaube ich auch schon aber warum steht denn dann hier 210 dran weil wahrscheinlich ja du musst dann ganz hinten rum rennen wieder ne macht sinn ist nur die direction so 21 bis 29 haben wir 29 28 da waren wir auch dann gehen wir mal hier weiter 21 bis 27 gibt es eigentlich auch noch eine dritte etage ist ja wahrscheinlich nicht relevant oder das sieht nicht so aus als wäre das hier überhaupt irgendwie interessant 202 auch nix boah 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 oh Junge oh 2 4 auch nix 2 6 2 5 ja wo ist denn 2 3 verdammte axt ok wir gehen mal hier hinten durch 27 geht schon mal nix hier gibt es ein code vielleicht kriegen wir den ja raus waschmaschinen hier ist noch entspann dich mal ok vielleicht kriegen wir den code raus wir fangen mal hier vorne an man hört sehr wenig man in a trench coat okay mein gott das da hinter mir ist nervig mit der klappe wass wass das 205 guy i'm telling you something very strange is going on in that apartment uh he comes in every once in a while hauling this huge breeze base i saw him go down into the basement once not that i was following him or anything i was down there doing my laundry all right man i'll look into it if i can well good you should be out there doing your job that's right that's right that's what we're here we take care of the wackos the outbursts the downers the stray cats the lost ones already driven the insane homes and escaped prisoners on the street plus the suicide und top dogs we never found gun traffickers are shower the mean the cruel and the ugly the stoners the rapists the boners the crackheads the gang the homeless children and you man irgendwas ist mit 205 hätt ich mir jetzt auch gleich so mal angeguckt ähm das gucken wir uns mal als nächstes an würde ich sagen oh nein aha was ist hier sache oha oha das sieht auch nicht gut aus hier das sieht nicht gut aus oh bisschen rind bisschen hackfleisch wie geil ist das denn leber ja da tupper ich dir nochmal mal meine leber ein gar kein problem was haben wir noch so mhm herz gehirn Oh, geil. Lecki, lecker, lecker. Scheiße. Was sind das für Läden hier? Gottes Namen. Was ist das alles? Hier werden Fälle getrocknet. Ja, hier haben wir auch wieder einen Computer. Mach mal hier den Schrank auf. Ja, hautes Gehirn in Tuberdose. Ja, hier auch nochmal. Schön zum Verkauf. Ja, das finde ich sehr schön. Ich glaube, wir müssen mal irgendwie so eine Pille nehmen. Okay. Ich verstehe noch nicht ganz, wann man immer so eine Pille nehmen muss. Aber wir müssen was nehmen. Hier kommen wir irgendwie nicht dran an den Schrank. Wir gucken uns mal die Mails an. That thing. That thing we talked about, is it ready? And don't give me any of this when it's done. Or they don't grow on trees. Crap. It's not your life on the line. My equintenses spoke very highly of you. But I have said that so far. I'm not impressed. Let me kindly remind you that you're only getting paid if there's anyone still around to pay you. Doctor, you have no idea how grateful I am truly. If it wasn't for you, my boy wouldn't be walking today. I don't know if he would be alive. So just so you know, you're making a difference. You have my eternal gratitude. Sincerely, Marta. I told you to never write me once. We have concluded our business. And don't use your public account for God's sake. I'm glad you're satisfied with my product. Now delete this message and never contact me again. There are others who depend on my services. So show some goddamn consideration. Yes, of course. I'm so sorry. I just... I got a little carried away. It's not the bladder. It's the liver. Sorry, my bad. Rich. What do you mean, you're sorry? This isn't a car dealership. You can't just change your mind. Jesus. I'll get you... I get you your fucking liver, but you're paying for both. I'll get back you to with a date. Dude, don't sweat it. I know how this works. It's all good. Er hat ihm echt ne Leber verkauft. Bruder, das Game ist wirklich krank. Where's my skin? We had a deal. Where the hell is my skin? Digga, er wollt Haut kaufen. I can't go around looking like this. I told you, I'll have the funds transferred by the end of the month. But I need the graft now. My carrier depends on it. Please, I'm begging you. Okay. Wir sparen uns den Rest, glaube ich. Hier wurden auf jeden Fall Organe und Haut und sowas verkauft. Weil vielleicht, wir gucken noch mal rein, ob es irgendwelche Codes gibt oder so. BBC. This is not a salad bar. You don't get to pick and choose. What I grow is what you get. And yes, girls does matter. Complications. Ich sehe auch keine Codes. Ich spare mir jetzt noch ein bisschen, jede Mail hier vorzulesen. Weil, ähm, das dauert für die Story, glaube ich, ein bisschen zu lange. Ich glaube, es ist klar, worum es hier geht. Und überall sind diese Bücher, ne? Nano, Fade, Jedi. Ja. Also das hier ist, äh, der Haut- und Organdealer deines Vertrauens. Hier ist noch ein Bild. Guck mal. Oh. Nice. Was gibt's hier? Oh ja. Hm, hier wurde auch noch ein bisschen weggeholzt. Ein bisschen geschnetzelt. Ja. Wenn auch jemand Blut braucht, hier wäre noch was zu holen. Boah. Gut. So, das war 205. Reicht dann auch an sich, ne? 207 hatten wir, 206 hatten wir. Ja, mhm. 204, da ging nix. Dann können wir weitergehen. 201, 202, da waren wir auch. Ja, 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 ja. Dann können wir hier raus. Ja, 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 ja. So langsam gefällt's mir. Also so langsam, äh, finde ich, ich find's ganz, ich find's ganz erfrischend. So. Aber, was haben wir denn jetzt noch nicht gehabt? Hier den Gang hatten wir. Ja, 210, 2, 9. 2, 9. 2, 9 hatten wir aber auch. 2, 9 hatten wir auch. 2, 13, 2, 12, 2, 11 hatten wir auch. Ich glaube, wir haben's, ne? Gucken wir nochmal, was hier oben ist. Oder fehlt jetzt noch irgendein Raum? Also wir haben hier oben noch 3rd Floor. Ich guck mal hier. Investigate Apartment 205, ja, das haben wir ja gemacht. Not often do you see reinforcement door in this district. This one seems to have malfunctioned. Might be worth a look. Das haben wir aber eigentlich gemacht gerade. Falls da noch was fehlen sollte, kann man da aber auch nochmal reingehen. So, 300 hat nur 4 Räume. Das ist relativ überschaubar. Da gucken wir uns auch nochmal eben um. Hier ist schon mal zu. Hört sich nicht gut an. Wir machen uns lieber vom Acker. Der Gang hier gönnt auf jeden Fall schon mal nicht. 301 bis 300 Prier und bitteschön. 301 bis 300 Prier und bitteschön. Not fully in control. Yet reflex action. Involuntary response to a stimulus. Can't speak definition, ain't it? Understand. Why you think that? In your condition. My condition? Correct. You still have a long way to go. Huh, we all. I am more advanced. Flawed. But nearing completion. Nearing completion. How completely complete are you? 78%. What happens if you hit 100? A big bang? I will be cleansed. Of what? Cleansed of body. Purge the flesh. Of excess thoughts. If there's nothing left to clean, are you a little afraid there'll be nothing? Period? No. Fear is irrational. Change. Change is inevitable. It is more logical to embrace it. Mods don't come cheap. Unless you get them installed in a local fucking Ripper clinic. Your logic is sound. They will not share that information with you. Suit yourself. Oh. And just be aware. The lockdown might be defied. Course. I know you're way beyond hearing. The disease of transition? No. Unacceptable. I am not ready yet. Guess you should have thought about that before you stuck yourself with mods. Your interrogation tactics are primitive. You call yourself an observer. Yet you fail to observe the basic fallacy in your thinking. How can you be sure I'm an observer? It's much more obvious than you seem to think. Yeah, well. If this isn't our break, good luck to us all. We're gonna need it. Okay, er hat auf jeden Fall recht erkannt, dass wir ein Observer sind. So viel zu 301. 302. Das ist ja eigentlich... Oha, was geht hier? Ah, hier fehlt wieder ein Code. Ich würde sagen, wir hacken das Ding mal. Oh, hallo? Lass uns das Ding doch mal hacken. Nummer 9. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 3. Access granted. Du Scheiße. Oh nee, komm mir nicht wieder mit Puppen an, ehrlich. Oh nee. Hallo? Ja, das Game ist krank. Hallo Horrible. Sudden deadly sins of holographic interior design. Ja, Males. Hey, I can't make it today. Got some errands to run. I'll drop by tomorrow, bring you something special. Hope you and the baby are doing fine. S. Worried about you, Joanna. It's been several weeks since I saw you at therapy. Everyone in the group is worried sick. Please, you don't need to come to the meetings, if they make you uncomfortable. Everyone has their own way of dealing with these things. Just let me know you're alright, Dr. Dursky. Ja, da hat auch wieder jemand stark einen an der Klatsche. Aber das war's hier auch. Digga, die Puppe guckt zum Rechner. Okay. Ja, wir machen wieder zu. Die macht das schon. Die macht das schon alleine. Wir machen lieber wieder zu. Ja, ist okay. Die kriegt das schon selber hin. Glaube ich. Ich bin da guter Dinge. Überall Müll hier. Bläh. Hier hat auch noch einer gepennt. Eigentlich wäre hier so ein typischer Spot, wo irgendwie so ein Foto liegt, ne? Na, diesmal nicht. Okay. Gut. 302. Beziehungsweise, das war ja 302. Okay. 303. Das, äh, da geht nix. 304 bleibt übrig. Da wird wahrscheinlich was geben. Gefühlt sind wir jetzt einmal durchs kompletter Haus. Vielleicht wegen dem Lockdown. Ja, da ist der Lockdown. Bist du das alles gut? Diese Dinge kommen und gehen. Sie sind inhevitable, wie die Wäden der Causalität. Ich bin nicht mit den Realitäten schrecklich, Herr Observer. Okay, ich nehme das als ein Ja. Du wirst, was ich machen? Warum? Ich kann mich mit deinem Quanten-Pattern. Ich habe mit ein paar von euch digitalen Wäden geflogen. Du wirst mein Quanten-Wut? Hey, ich bin nicht beklaget. Ich war ein bisschen verloren. Low on expectations, high on feed. Und jetzt, ich glaube, du bist nur high. Ouch, Herr Observer. Suche Worte. Wie sie brennen, wie flammende Wäden. Also gefühlt hat da jeder in einer Klatsche psychische Probleme oder nimmt Drogen. Ehrlich, jeder isst dich nochmal. Sind diese Worte ein Pharmaceuticals? Schau auf die Quantenphysik. Sie hält die Antworten. Du musst nur nicht genug sein, um zu sehen. Insofern, du bist besser auf deinem Weg. Glückwunsch. Oder nicht. Ja, auch die interessiert sich total für uns. Gut. Okay. Wir haben alle Etagen durch. Ich würde jetzt mal nach unten gehen ins Basement. Mich da nochmal kurz umgucken. Ich glaube, wenn es irgendwo weitergeht, dann da. Also zumindest, was die Missionen angeht. Ja, the nearby tenants might give me some additional intel. Ja, irgendwie haben die uns so gut wie gar nichts gegeben. Ich glaube auch, dass wir gefühlt fast alle durch haben. Investigate the crime scene. Novak Apartment. Haben wir eigentlich auch gemacht, ja. Find Hellinger Novak. Die haben wir noch nicht gefunden. Die soll angeblich One Down in the Buildings Courtyard irgendwo im Basement sein. So, dann haben wir hier Strange Shrine. Found a strange pile of scrap in one of the hallways. Guess you could call it a shrine. Oh, that's been generous. Ich glaube, das sind diese Special Räume, die wir gefunden haben. Ja, warum der noch nicht abgehakt hier. Warum der noch nicht abgehakt ist hier. Keine Ahnung. Strange Little Girl. There is something strange about the girl in 113. Ja, genau. Die hatte gesagt, 1074 ist der Code. Den haben wir aber auch schon benutzt. Also, er scheint hier einige Dinge noch zu speichern. Wir haben auf jeden Fall noch einige Fälle auf. Okay. Wir gehen mal nach unten. Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht alles so direkt nacheinander lösen, sondern es ist mehr so ein bisschen Zufall. Je nachdem, was du jetzt gerade so angehst. Aber es lässt sich nicht immer direkt. Es lässt sich nicht immer direkt nacheinander lösen. Oh, diese Albträume auf jeden Fall vorhin, die waren schon ziemlich wild. So, G-Floor. Ich würde einfach mal sagen, ach, guck mal, wir können auch noch in den Keller. Ah, da waren wir auch noch nicht, Keller immer schlecht. B-Floor. Dann gucken wir uns doch mal den Keller an. Hört sich gut an. Vertrauenswürdig. Was geht hier ab? Wer da oben sagt, pssst. Ach, jetzt sind wir hier. Ah ja, okay. Okay, war einfach nur der Keller, scheinbar. Er ist vielleicht. fest. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier wieder hochgehe? Bin ich wieder First Floor, ne? Ja, okay. Okay. Ist nur ein anderer Bereich. Wir gehen dann von der anderen Seite nochmal durch, quasi. Habe ich soweit verstanden? Die Frage ist aber auch so ein bisschen. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Können wir jetzt in diesen Tattoo Shop? Ich glaube, wir können in den Tattoo Shop rein. Oder das haben wir auch in dem Albtraum gesehen. Jacked in the Cay. Und wir können da auch rein. Okay. Wir können da rein. Und wir können da auch rein.